Zu Beginn des 19. Jahrhunderts stellt sich in London ein ehemaliger Börsenhändler mit seinen Gedanken zum Außenhandel gegen den Geist der Zeit. David Ricardo. Während England seine Wirtschaft mit Zollmauern schützt, wirbt Ricardo für den freien Handel. Sein Trumpf? Das Theorem vom relativen Kostenvorteil. Ricardo erklärt, Außenhandel lohne sich für alle. Selbst dann, wenn ein Land kein Gut günstiger anbieten kann als andere. Nehmen wir an, Bretanien, ein prosperierendes Land mit fleißigen Menschen, gewinnt Weißbrot und Sardinen. Mit seinem Nachbarn Fischreich betreibt Bretanien keinen Handel. Warum auch? Fischreich produziert beide Waren deutlich uneffizienter. Dennoch lohnt es sich, nach Ricardo für beide Länder miteinander Handel zu treiben. Denn der Vorteil von Bretanien beim Backen ist relativ groß. Beim Fischen dagegen nur klein. Darum sollte Bretanien sich ganz aufs Backen spezialisieren und Fischreich auf das Fischen. So verwendet jedes Land seine Arbeitskraft auf das Produkt, das es am besten herstellen kann. Dadurch steigt der Gesamtertrag. Ricardos Theorie führte 1846 nicht nur zur Abschaffung der Getreidezölle in England. Sie bestimmt die Prinzipien des freien Welthandels bis heute. Das ist eine große Herausforderung. Das ist eine große Herausforderung.